Schicken damit die Leute folgen folgt Fathion Bucay Jelal Diva Bul Warte mal wie viel Uhr ist das Leute? Wie viel Uhr ist das? Ist die Uhr richtig? Nein das ist oder doch? Ja ok warten wir noch ein bisschen Oh das ist Stufe Null jetzt siehst du? Siehst du der jetzt kocht? Hier mit der rechten Hand immer Aber immer von der rechten Weißt du von welchen? Ich weiß Hey immer von rechts nach links Ja Nicht so Immer im Uhrzeigersinn Genau Erzähl die Leute dass wir in einer Beziehung sind Ehrlich jetzt? Ja mach doch Das öffentlich machen Noch nicht Noch nicht sagt der Juni Damit nicht jetzt Alter versteh ich dich Wallah Was macht das Fleisch? Das war das Fleisch koch Machst du kein Salz da rein? Ich hab schon gemacht Mach doch den Deckel nicht drauf Diese Nudeln sind schon zehnmal durch glaube ich Niemals Probier eins Aber spurt wieder Wunderwitz Ich trau mich nicht Ich will nicht riskieren Nee die sind nicht durch Wallah Ich spür das Wallah ich spür das Jetzt weißt du was du machen musst? Bring mir Milch 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 ganz wichtig Die Tage hol ich Arafat Leute Papa Aria ist die Tage Besuch Wo ist Milch? Hier Ist das Milch? Ja Was anders holst du für Milch? Ich hole Milch die Jetzt holst du diese Milch hier Warte Ist Milch Ist abgelaufen? Ja Ich esse nur abgelaufene Sachen Ich bin gewöhnt mit sowas Aber die ist wirklich abgelaufen Ist doch egal Ich esse immer abgelaufen Joghurt abgelaufen Milch abgelaufen Kann man davon sterben? Nein So Wenn du davon nicht stirbst Wirst du nur stärker Alles was dich nicht umbringt macht dich nur stärker Leute der meint Leute wie viel Tests heute? Deswegen war das reduziert Deswegen war das reduziert Alter Wie viel Tests heute Leute? Heute ist 30 30 30 30 30 30 Ja Oder erster Die Milch ist seit neun Tagen abgelaufen Die Milch ist seit 21.3. abgelaufen Seit neun Tagen Jogi Das ist immer reduziert Ich will ja Ich will ja Ich schmeiß sie weg Nein Das trink mal Du bist krank davon Was für krank, Alter Ich habe mich gewöhnt mit sowas Ich esse immer solche Sachen Soll ich das in den Kühlschrank wieder In den Kühlschrank, natürlich Später trinken wir Kakao, Jungen Was ist mit dir, Leute? Der meint das einfach ehrlich Ernst, Leute Leute folgt mir, du ich nicht gefolgt habe Drückt alle auf Plus Und teilt diese Leistung mit Hier hat gerade einer geschrieben Nicht die Milch ist kaputt Ich habe dich zu schnell aber einfach mitlachen Spass Lass kissen Ich liebe dich, ja? Es zählt, dass wir in einer Beziehung sind Wallah, ich bin nicht schlecht Das ist noch nicht jetzt Noch nicht jetzt Es ist noch früh Mit Hamza würde ich auch in einer Beziehung eingehen Mit Hamza? Ja, ja Ekelig Wieso? Was sagt der, ja? Als würde der auf Hamza nicht stehen, Junge Welcher Mann steht nicht auf Hamza, bitte, ja? Jeder Mann, der sagt, der steht nicht auf Hamza, lügt Hamza einfach, ja? Leute Leute, folgt alle Mayin und Aristina Alle die mir was schicken, folgen Leute, bitte Folgen die alle durch, Leute Jawollah Ehren Menschen Ich habe die Müller Auch Ich kann nicht auf dem Scherb Zwei 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 Vielen Dank. Danke. Was? Kann ich vom Pass? Ja, nimm doch. Probier mal eins. Komm her. Probier eins. Noch ein bisschen. Ist schon der Wetter gekommen? Schmeiß weg, Junge. Boah, Leute, ich hab ausgespuckt. Ich hab nur die Härte probiert. Du musst dann nicht von den Leuten dich rechtfertigen. Voila, ich hab das grad voll vercheckt, Leute. Ich hab dein Pass gebrochen. Ich bin ein Manjag. Ich hab's wieder ausgespuckt, Leute. Ich hab es wieder ausgespuckt. Probier mal, sagen wir es aus. Ich hab es schon ausgespuckt. Junge, ist eh Zeit gekommen. Aber ist schon Zeit, ne? Ja, ja. Doch, 53 haben wir. Wie viel ist heute in Hannover? Leute, voll vercheckt, aber das bricht ja eh nicht. Wisst ihr, was ich meine? 57. Boah, wegen vier Minuten nach dem Wochenende. Scheiße, Alter. Ist nicht schlimm. Ich weiß, Leute, dass das nicht schlimm ist. Aber Varello ist ein Teufel. Junge, ich hab Spaß gemacht. Schimm ein bisschen, jawollah. Ich hab dir gesagt, probier so wegen Stärke. Ich hab nicht gesagt, Schluck runter. Ich hab gesagt, Schluck aus. Aber diese Käsesoße ist geil. Diese, diese tut, diese kommt gleich rein, ja? Gut, darf man. Darf man, aber ich will bei mir nicht riskieren. Boah, ich hab Angst vor Allah. Ich will bei mir nicht, was ich will. Ich will bei mir nicht, was ich will. Probierst du noch nicht? Nein. Nein, ich will bei mir wirklich nicht sagen. Nein, nein. Nein, nein. Wollah? Ja, ich will. Ich will das nicht. kann ich das wegnehmen weil du es probiert war ein bisschen noch hart aber ganz bisschen aber vielleicht ist jetzt durch so dann wieder so stupe 0 stupe 0 dies hier selbst werden kommt man jetzt das stück stupe 3 das nicht da und diese kommen hier die kochen noch ein bisschen damit also diese sieb schon gemacht sie heißt das nicht machen was wir jetzt hier rein warte ich habe ein bisschen geklebt die tut man hier rein Von da. Während du probiert hast, ich sage einfach, fasst es nicht mehr. Sparsene, wollah. Passen, glaube ich, nicht alle. Langsam, langsam. Ein neuer Löffel. Warte. Passt nicht mehr, warte. Lass mich nicht machen. Okay, diese Lattfisch hier, warte. Stücke null. Gucken, ob Fleisch durch ist. Wieso ich das gucke? Mit Gabel. Ich kenne mich nicht aus. Reintun. Wenn es schnell reingeht, ist es schon durch. Siehst du? Das zieht alles rein. Deswegen, diese Nudeln sind krass. Das zieht alles drinnen. Diese Sahnesauce, die du siehst, ne? Alles kommt rein. Das fühlt sich wie Cannelloni. Weißt du, was Cannelloni ist? Was Cannelloni? Cannelloni, Cannelloni. Alles kommt rein, diese Sahnesauce. Ich muss mal für dich Dingser machen. Cannelloni oder ich mach für dich mal Lasagne. Leute, haben wir schon 19.57 Uhr? Guck doch. 19.57 Uhr haben wir, ja. Ja, ja, Piftar, komm. Nimmst du den Teller oder warte ich den? Ein Dattel, du, ein Dattel. Warum? Jetzt? Ja. Bismillah, Leute. Bismillah, Arman, Rahim, Leute. Inshallah, hat Allah euer Fasten angenommen. Und inshallah alle, die arm sind. Inshallah, möge Allah euch Geld geben, Reichtum, alles. Und alle, die krank sind, möge Allah euch heilen. Und alle, die, 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 die alles besitzen, möge Allah euch das alles weitergeben. Amin. Amin. Bismillah. Mmh. Okay. Machst du nicht, ne? Hm? Ein Glas Wasser. Ey. Ja. Guck mal. Mann, Deyla. Trink ein Glas Wasser. Wo ist Glas? Hier hast du den, ne? Alter, ey. So, heute ganzen Tag so, Deyla. Ja. Siehst du, wenn man es ist und wenn man es trinkt, wie, 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 wie zahl man wird, wie, wie gut man drauf ist? Aber ey, soll ich das den Leuten zeigen? Ja, zeig, zeig, zeig. Das hat Barello gekocht, Leute. Nudeln mit Käsesauce. Mit Sahnesauce, bitte. Sahnesauce. Und jetzt kommt noch das geköchelte Fleisch, was er kochen lassen hat, da rein. Leute. Hier. Ich muss noch zeigen, wie ich drauf mache, bitte. Ja, warte, ich filme. Diese immer ich weg. Ist nicht mehr wichtig. Nun diese hier. Das ist für dich. Das ist für mich. Okay? Baller drauf. Das ist für dich. Bruder, bei mir ist zu viel. Mach bei dir drauf, Bruder. Jetzt muss ich an ihnen machen. Und jetzt? Warte. Diese mache ich hier. Und jetzt guck mal. Stufe 0 diese. Nimm zwei kleine Teller. Lass, lass, lass da. Guck mal, Leute, jetzt. Oder ne, gib mir her. Guck mal. Für dich. Ja, für dich wieder. Hm. Ich küsse dein Herz. Siehst du? Ja. Für mich. Sind die durch? Ich weiß nicht. Ja, schon. Die sind halb durch. Aber so schmeckt besser. Wir sind, wir sind, wir essen so. Also diese sind nicht durch genau wie diese, weil diese gehen schneller durch. Die brauchen 10 Minuten weniger. Und dann? Die lassen wir noch ein bisschen kochen, falls du das mehr gekocht machst und so, ne?